du bist ein gottik fan und hast noch nicht gottik 3 dann kommt zu uns klick mal zuerst auf den link in der beschreibung und mach bei der ostereier suche mit einfach ein paar links durchklicken in unserem forum und schauen ob das richtige dabei ist wenn du zufällig den richtigen link gewischt dann bekommst du ein ostereier wer den meisten ostereier findet gewinnt als preise gibt es don of a und gottik 3 vielleicht haben wir euch andere challenges wo ihr sowieso auch mitmachen könnt dann viel spaß beim gewinnen